Ich möchte das nicht. Ich bin doppelt... Ich fühl mich dann immer so dreckig. Dann habe ich den Sand nicht eingesammelt. Hast du zufällig Sand eingesammelt? Fünf Stück. Hier ist noch was. Den brauche ich. Wurde ich noch ein Stück. Jetzt habe ich aber genug was ich wollte. Ja. Knapp genug. Was habe ich mir bei dieser Hauskonstruktion eigentlich gedacht? Licht auf der NSA. Okay. Das ist viel zu aufwendig. Das ist viel zu aufwendig. Ich bin Doppelrabs. Was sollst du nicht? Und ich mache jetzt auch Videos auf YouTube. Oh mein Gott. So. So. Das sieht schon ganz gut aus. Mit mir eher gering. Mö. 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 weil ich einfach nie das so gesehen ne das hätte ich gemerkt da kannst du halt auch ein bisschen tiefgegeben ey ich hab, hab ich auch ich könnte sagen haha Monty kein Möcher so wann willst du eigentlich mal für den Luftgevortstander besorgen und nicht über diese Kabel seinpacken hab ich schon lange die tausende Aufnahme ist irgendwie 3 Monate alt oder so ja ich hab schon vor 4 Monaten mit der Planung angefangen mindestens da steckt viel mehr Planung drin als man denkt und da sollte auch noch viel mehr Zeugs rein aber das hat sich nachher nicht mehr gelohnt weil die Folge dann noch länger geworden wäre und äh jetzt wird trotzdem nicht angeguckt ah da hast du dich angeguckt raus da noch selber so dann ist das, ne das ist ja gar nicht der Boden was ist die Homo Villa das ist meine Idiotenfrage übrigens immer wenn einer sagt ich guck alle Folgen dann frage ich was findest, ne wie findest du die Homo Villa und manchmal heißt es dann ich find die gut und manchmal heißt es was ist die Homo Villa und dann weiß ich die definitiv nicht alle Folgen geguckt wie findest du denn die Homo Villa sehr sehr hässlich oh ok also hast du doch nicht geguckt das ist eigentlich das Dach fertig gebaut oder? was? ist eigentlich das Dach fertig oder war das von ich glaube es war immer noch ein Backup hast du Folge 1000 nicht geguckt? doch aber das ist Dach fertig gebaut aber kann ja sein dass das ein Backup war scheiße das kann sein ach ne kann sein dass ich das in der Welt gemacht habe die wir gesprengt haben ich mach das warte das wird blick über den Abend weg jetzt kommt das Wandpark ey Ich hab gar keinen Backup geladen. Haha. Später werden wir darüber sicherlich lachen. Ne, das Dach ist hier fertig. Nein. Ach, schade. Ich dachte schon. Irgendwie war ich mir auch gerade echt nicht sicher. Angemerkt. Hallo. Pass auf, ey, was machst du da eigentlich? Du machst ja den ganzen Strand kaputt. Super. Du kannst, warte. Ne, das geht hier alles noch nicht. Du kannst hier einmal den See zubauen, weil, äh, hier wo ich bin. Weil der wird ganz schön stören gleich. Ist mir egal, abbauen müssen wir sowieso, also kannst du alles nehmen, was du hast. Gibt es alles geplant außer dieser Terraforming? Äh, mal gucken. Wissen wir doch nicht. Also wenn ich eh hier bin, kann ich jemand was machen, was ich eh machen wollte. Ähm, es läuft eine Umfrage mittlerweile. Guck doch mal in die Beschreibung, also jetzt für die Zuschauer. Meinst du? Nicht Shader. Nicht Shader. Nein, die andere. Ja, was das jetzt bauen ist. Gut. Dann war das schon ab heute da, ne? Kannst du nicht anfangen, neues Haus zu bauen? Auch. Bau eine Imk-Häute. Imk-Häute ge-Rotet. Stimmt, das hatte bisher auch am meisten, zumindest als ich zuletzt geguckt hatte. Aber mir genau die. Nee, als ich jetzt, als ich jetzt, äh, vorhin gevotet hab, äh, war IDM oder ICDM oder was, das war am meisten. Volte, ich brauch Dreck. Volte, ich brauch Dreck, dann komm mal her. Guck dir an, dass ich so springen kann. Hier sogar zählt Gras, aber nee, nee, das ist ja nur, wenn du mal Gras wachsen lassen willst. Das könnte man hier noch reinhauen. Dann hau ich mal hier Gras rein. Damit hier auch mal Gras wächst. Das hier ist so dumm, wo der hinlängt, wird's kein Gras mehr. Weißt du, Dopplerer? Wir fahren nachher mal in Ikea, da kann ich die Vermöbeln. Haha, 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 haha. Ist aber so schlecht, ne? Aber ich weiß gar nicht, wo der nächste Ikea ist. Nee, nee, ist einer Ikea weit weg. Okay, sie ist zugebaut. Das ist schön. Au! Warum hast du mir weh getan? Ach, hier müsst ihr dir Schaden machen. Ja, du machst mir auch Schaden. Ich hab das Oberteil nicht an. Jetzt müssen wir sagen, ey, alles abtragen hier. Also hier nicht, wo ich jetzt bin, sondern auf der Seite hier. Also hier hab ich das ja schon so aufgebaut. Das ist halt so, so eine Promenade, sagt man das. Ist das noch cool? Ich treffe jetzt diesen Zombie da hinten. Ich hab ihn nicht getroffen. Aua. Ikea bleibt den Bogen ab. Ach, das ist nicht der Bogen. Headshot. Wow, ein Halbes Headschaden. Ey, lässt du das aus. Oh, das war's auch nicht. Ach, man. Bist du das jetzt mal hier? Okay. Du, kleiner, Failmaster. Ich würde gerne wissen, werfen uns beiden als erstes stirbt, denn wir beide haben uns im Ausblick jetzt schlagen. Sage du. Und drauf an, wie viel Energie hast du denn noch? Ich hab die Zeit 544 K, aber ich produziere, wenn ich durchstehen und laufe, produziere Energie. Okay. Das heißt, ich durchstehe euch gedacht. Hätte ich das Treffen mehr dabei. Jetzt mal, wenn ich besuche, das zu Treffen, treffe ich nicht. Nice. Bin. Jupp. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Ich find PvP scheiße. Was machen wir denn da? Ich auch. Hilfst du mir jetzt lieber mal hier die Blöcke abzubauen, anstatt hier... Bau doch gerade. Ich bau doch gerade. Du musst direkt ins Automat werden. Los, geh kaputt. Geh. Boah ey. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ich bin Failmaster. Ich möchte dich. Find ich schon. Soll ich eigentlich ein kleines Pfeil? Was mit dem Pfeil? Ja, ich seh den Pfeil in deinem Kopf drin. Tja, doof gelaufen was. Tja, Thaddeos? Taddeus, 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 Taddeus. Gibt es hier noch mehr Taddeus, 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 Taddeus. Ich töte eine Spinne, ich hab die nicht getroffen, weil du mir dazwischen gerannt bist. Das will ich aber nicht getroffen. Ich mag das so, ich mag das so mehr. ja haben wir schon ein bisschen was geschafft es ist nur die frage wie wir das ganze hier dann noch umsetzen ich hab dazu wirklich geflüstert dass du darauf spielst und es kommt direkt danach wollte ich bin ein kind von dir das ich weiß ging auch eigentlich an die hoch das meine ich habe geschrieben dass der wachschule ist genau in der welt schreit erst ein kind von dir will dass das ist echt krank der zusammenhang ist zwar genauso mit bei skype den kassaten starten von mir von jemand anderen ist dies ein zufall ich glaube kaum das ist aber keine rose doch hier hat das regen hier und danke zwei krisse fackel das ist ekelig wir müssen dann auch gucken wenn er das ist ein bug hier jetzt ist es weg ist auch gar die scheiß mini blocks jetzt im handel so dann muss ich ja hier ein durchbruch machen weil ich für die mal erst mal weiter hier so müsste jetzt hier nicht da das machst du sehr schön das machst du sehr schön wollte ja zuerst nicht hat es sind nicht der freund noch ein paar gebackene kartoffeln hat sie ganz recht okay ich wollte ein flash oder so was wir geben kann ja sofort warte ich nehme alles ich gebe alles essen ich kann sogar alles essen mal gucken was haben wir denn hier an essen mmi system ich habe rohes schweinefleisch ich gebe da mal gebratenes oh das ist egal und machen wir mal es ist halt den gleichen effekt ob der stick ist oder nicht es hat alles den gleichen effekt da ist was drin weiß ich nicht hier da ist nur 33 sollten eigentlich 32 sein irgendwie hab ich mich verklickt ja ja oh hier regnet uns anscheinend ich wollte hier nochmal ne shader aus hier ist aus kurz lass ihn aus ich mag den nicht du magst den share nicht was falsch mit dir das ist richtig schwierig für mich weißt du die das ist so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen in äh in äh die meisten sagen ist mir egal ja gut das hätte ich mal nicht machen sollen immer wenn ich wenn ich sowas mache dann klicken die Leute so einen scheiß an meistens ist es nur so ein gag weißt du und dann klicken die das trotzdem an also wenn ich eine ganz ernste frage stelle wie findest du mich gut oder schlecht und dann schreibe ich noch hin Penis was glaubst du wie viele Penis anklicken alle einfach alle und endlich treffen wir lernen nicht genau